Ich lerne Deutsch. Nummer 3101 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute ist unser großer Tag. Wir haben lange und hart dafür gearbeitet. Heute ist unser großer Tag. Wir haben lange und hart dafür gearbeitet. Die Pflanze wird von nun an in meinem Büro stehen. Ich werde sie wachsen und gedeihen lassen. Die Pflanze wird von nun an in meinem Büro stehen. Ich werde sie wachsen und gedeihen lassen. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Ich habe dich schon öfter hier gesehen und würde dich gerne näher kennenlernen. Ich habe dich schon öfter hier gesehen und würde dich gerne näher kennenlernen. Mit der neuen Kreditkarte kann ich mir viel mehr leisten. Mit der neuen Kreditkarte kann ich mir viel mehr leisten. Mit der neuen Kreditkarte kann ich mir viel mehr leisten. Ich bezahle einfach später. Ich bin müde und gelangweilt. Ich werde es nie lernen. Es ist alles zu kompliziert. Ich bin müde und gelangweilt. Ich werde es nie lernen. Es ist alles zu kompliziert. Ich bin müde und gelangweilt. Ich werde es nie lernen. Es ist alles zu kompliziert. Ich helfe dir gerne morgen beim Umzug. Ich helfe dir gerne morgen beim Umzug. Schau nach vorne, wenn du die Treppen hinunter gehst. Schau nach vorne, wenn du die Treppen hinunter gehst. Ich möchte dir heute eine wichtige Frage stellen. Vielleicht ahnst du bereits um, was es geht. Vielleicht ahnst du bereits um, was es geht. Ich möchte dir heute eine wichtige Frage stellen. Vielleicht ahnst du bereits um, was es geht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein Bauch tut so weh, dass ich mich kaum bewegen kann. Ich war es nicht. Das kannst du mir glauben. Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Nach einem erfolgreichen Tag darf man sich auch mal zurücklehnen und die Augen schließen. Nach einem erfolgreichen Tag darf man sich auch mal zurücklehnen und die Augen schließen. Nach einem erfolgreichen Tag darf man sich auch mal zurücklehnen und die Augen schließen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Heute unterrichte ich an der Universität. Wo ist die Katze? Sie sitzt in ihrem Körbchen. Wo ist die Katze? Sie sitzt in ihrem Körbchen. Sie sitzt in ihrem Körbchen. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro und kann es hier auch sicher abstellen. Diese grüne Windmühle kannst du in Holland besuchen. Hier wurde nicht richtig gearbeitet. Das müssen wir korrigieren. Angelina ist frühmorgens in einem Café und beginnt ihre Arbeit als Freiberuflerin. Angelina ist frühmorgens in einem Café und beginnt ihre Arbeit als Freiberuflerin. Früher habe ich Einfamilienhäuser gebaut. Heute baue ich Einfamilienhäuser gebaut. Heute baue ich ganze Stadtteile. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020